Ist das hier Jürgen von der Lippe oder was? Ne Jürgen Floderström. GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, aber ich finde das cool, dass auch in letzter Zeit meine Videos zu viel geguckt werden. Also, ich finde das so allgemein sowieso cool, weil ich habe im Durchschnitt im Monat eine Aufrufzahl von 30, 25, 30, 25.000 oder 30.000 Aufrufen. Und das nur für 12 Videos. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Ja. Warum rupt der? Ist doch noch genug Platz da bei euch. Ja, ich denke mal, der hat gewarnt. Ja, der macht einfach raus. Ja. Du hast zweimal gelegt. Dann war ich da, war ich dran. Ja, ich habe aber nicht gespeichert. Ja, ja. Aber ist ja cool. Bin ja gespannt, wenn der American Truck Simulator rauskommt. Ich freue mich ja eigentlich sehr auf den. Aber mal gucken, wie er wird. Ja, aber amerikanisch halt alles, ne? Und dann hast du, da soll ein integrierter Multiplayer schon mit bei sein. Also, sie sagen das. Ja, stimmt. Das ist die nächste Frage. Blitze kannst du ruhig rüberziehen, ne? Ich bin auf der linken Spur. Ich bin geradeaus in die Schleife. Blitze, wo musst du ablanden? Ab hinter der Nachwehrschleife nochmal, ja. Ja, du hast auch. Was denn? Alles cool. Haben doch alles geschafft hier. Ja, hast rein. Wunderbar. Oder habe ich dich rangeleckt? Nee. Siehst du? So, ich fahr dich nach der Schleife nochmal. Drekatrans. Ich hab dran. Hat doch alles geklappt hier. Ich weiß, wie man Auto fährt. Aber wenn ich keinen Führerschein habe. Ist aber ein LKB. Ja. Scheißegal. Ja. Auto LKB ist doch fast gleich. Nur hast du eine mehr PS unter dem Arsch hat als der andere. Wir sind ja schon in Dings, ne? Fast doch, ja. Lass mal langsamer fahren, ey. Wir haben gerade mal 16 Minuten aufgenommen. Warum hast du Rückwärtsgang drin, du Bauer? Ist klar. Wollt ihr das Getriebe? Ja, ich hab mir die Kruppel auch noch gemacht. Ja, ich hab mir die Kruppel auch gemacht. Ja, du wirst langsamer, ne? Ja, weil ich kein Gas gebe. Wenn ich das mal gestern mache, müssen wir in der Fahrt. Irgendwann meinst, weil der abgebremst hätte. Der war, glaub ich, 30 Meter hinter mir oder so. Und dann hab ich auswendig gehabt. Aber er hat mich nicht berührt. Er ist einmal gefällig, wenn ich seinen Platz umflog. Können wir rein? Ja. Ja, kannst du sogar alle ausfahren, wenn du willst. Bin da ja nicht vor. Schreibt bestimmt wieder jetzt einen in den Kommentaren gleich rein. Hey, man fährt nicht so. Da war das. Da war das. Natürlich da war das. Ja. Ja. Wir sind ja schon an der Rockstocker Fähre, ja? Und hier ist wieder nur Action, sehe ich gerade. Junge, 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 hier kann ja was weder erleben, doch. Hier wird Party groß geschrieben. Immer an den Pferden, ne? Ich weiß gar nicht, was die Leute an den Pferen so toll finden, dass die da immer so lange rumstehen müssen. Ich auch nicht. Das ist wie Rotterdam. Ja, ich finde aber Rostocke schon schlimmer geworden, ne? Als Rotterdam. Ich weiß ja nicht, bin ja nicht so oft. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Ja, sieben sind in meiner Nähe. 2 minus euch macht 5. Das Schlimme ist, wenn ich... Ich hab letztes Mal hier schon auf der Straße bestanden und da ging nix mehr vorwärts. Ich weiß auch nicht, wieso die nicht einschlagen. Läuft. Guck mal, er kann 5 Minuten vorher einschlagen, Alter. Dann hätte er den Kuro auch bekommen, ohne hier so rumzudrehen. So, und was machen die hier? Pause oder was? Have a, have a KitKat, have a break, have a KitKat oder so, ne? So, wenn er... Jetzt mal noch drinnen gucken, ne? Weiß ich nicht, wie drin muss. Ja. Kannst ja auch hier vorne abfahren und dann ganz drüber kuddern. Uh, ne? Habe ich gesagt, dass wir es hättest machen können? Noch 177 Kilometer, ja. Na, können wir mal langsam mal fahren. Kannst mal 80 fahren oder was, keine Ahnung. Ach, ich war ja jetzt größtenteils nicht an der Straße, oder? Hier sind auch so viele, Alter. Have a break, have a KitKat. Alter, ich muss hier so wenig recht... Ich muss so selten rechts abbiegen, ne? Das soll sich mal ein bisschen kleiner machen, damit sie einen rennen holt. Ika. Ika. Pika, 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 Ika, Ikea, was auch immer. Oh Mann, Alter. Wie der, oder? Abkürzung, oder was? Ja, meine auch. Ist das hier, Jürgen von der Lippe, oder was? Ne, Jürgen Floderström. Wie bist du gefahren? Bist du auch so gefahren, oder was? Ja, bin ich gleich da hergefahren. Wisst ihr? Na, tritt das Pedal durch. Was hat hier Schrobi für einen Auftrag, joint die ganze Zeit, disconnecting? Ja, dachte ich mir auch so, DS-Hopping hier. Junge, 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 Junge. Sind ja schon wieder Karotten hier unterwegs. Ich werde auch immer wieder gefragt haben, ne, mega, fährt überhaupt kein ETS mehr, man sieht dich ja gar nicht hier. Meine Damen und Herren, ich würde mal was sagen, wenn ich fahre, ich fahre, weil genau das passiert. Ich werde oft, wenn ich auch Privatfahrer nicht für Aufnahmen, immer angeschrieben, ob ich fahre. Und wo ich gerade bin. Und ich sag nie, wo ich bin, aus dem einfachen Grunde, weil ich keine Lust habe auf so einen ehrenlangen Konvoi, oder sowas. Der einfach ungeplant ist, oder sowas. Oder Leute, die dann malen hinter mir herzufahren, habe ich kein Problem, solange man sich ja benimmt. Ihr könnt ja immer hinterherfahren, wenn ihr mich seht. Das ist halt kein Problem damit. Dann könnt ihr auch auf dem Deep Speed kommen, wenn ihr seht, dass ich fahre. Und ich fahre meist, wenn ich privat fahre, immer im Kreis. Das heißt, wenn wir jetzt gleich dann bei mir aufhören sollten, oder hier bei Onkel Paddy oder sowas in der Stadt, und ich gehe offline, und heute nochmal online, da fahre ich privat und fahre immer im Kreis. Immer im Uhrzeigersinn. Aus dem einfachen Grunde, ich habe keine Lust mehr irgendwie hier oben in Skandinavien so oft rumzufahren. Also, meine Videos, die enden, ja, komischerweise immer hier oben in Skandinavien. Aber auch nur, weil das immer dann so gerade eine passende Strecke ist, für YouTube halt. Und müsst ihr einfach mal darauf, äh, oder das akzeptieren. Denn, ich weiß nicht, wie das hier bei den Admins so immer aussieht, weißt du. Wenn ihr euch nicht, ich will euch nämlich nicht in Schwierigkeiten reinbringen. Wenn ihr euch nicht benimmt, oder irgendeiner hat, dann hat er euch und reportet euch, dann seid ihr die Gearschen. Ich kann euch da nicht aus diesem Arsch rausholen, dann, na, das ist dann halt so. Aber wenn ihr mit mir mitfahren wollt, könnt ihr auch jederzeit gerne ganz unten meine Videobeschreibung rumgucken. Da steht irgendwas mit, bewerbt euch bei der MTGT, da könnt ihr euch dann bewerben. Und könnt, ähm, ja, für, mit, mit mir, gegen mir fahren. Mit Besuch von hinten. Ja, das ist schön für den Besuch. Ja, mit so einem Fernlichter. Ja. Dann sehe ich ein bisschen vorder. Na, er blinkt ja auch die ganze Zeit auf, ne? Ja. Du sagst auch das G27, mach doch mal kurz rückwärtsgang rein und halt mal gucken, oder? Ja, da muss er näher kommen. Ne, das sieht er jetzt schon. Passiert nicht. Hey, hast du keine Nachschaltung? Ja, ich meine, ich meine ja ihn hinter mir. Ja, G27 hat, dann wird er sicher die Nachschaltung haben. Ich hatte den Rett auch keine, wenn so wehgetan hat, dass ich keine Lust hatte auf Schalten. Dein Bein hat wehgetan, deswegen hast du nicht geschaltet. Was hat dein Bein mit der Schaltung zu tun? Du kannst mit anderen Beinen machen. Ja. ich mache das auch nur mit ein da hast du gerade abgespeichert du kannst nicht rein gib ein bisschen Gas, dann kannst du reinfahren ja, er hätte es Gas geben müssen einen Gang runterschalten, nur dann gib ihn hättest doch geradeaus weiterfahren können bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal